Oh, ein 12er Strike hatte ich schon, ey. Wie das irgendwo, weil momentan lebe ich auch sehr lange. Ne, da brauchst du eine extra Waffe, die das zählt. Oh, hier eine 20er Tötungsserie. Oh, da kommt Natascha. Natascha kommt. Engelhard hatte eine 20er Tötungsserie als Ingenieur mit seiner Sentry. Mal gucken, ob jetzt wieder alles gut ist. Ah, jetzt hat Flash mich auch noch gekillt. Ah, ha, ha, ha. Five minutes left an der Maschern. Five minutes left an der Maschern. Da ist Geocraft. Ist die echt? Hallo! Mal draufschießen. Hey. Fackel dich dich mal an. Der gute alte... Da schieben sie den Karren. Egal, da kommt ein Granatenhagel runter. Achievement! Oder wird wieder jemand? Der Spy hinter euch! Der Pyro... Ah, Flash! Echt? Wo ist sie? Hab sie schon. Okay. Au! Die sollte keinen Pyro nehmen als Spy. Ich weiß nicht warum. Das fällt sofort auf. Ja, weil Pyros einfach alle Leute anfackeln. Und was ja immer am auffälligsten ist, wenn der Pyro auf einmal brennt. Und du denkst ja nur so, warte mal, Pyros können doch... Ja ne, wenn der Pyro einfach wegrennt mit voller HP. Und allen entgegenkommt. Wo willst du denn hin? Engelhardt, was ist da los? Ich wollte ihn einholen. Und der Charge ist ready. Kann ich mir da wen snacken? Heyo! Wer schiebt denn da? Ah, shit. Aber wen gekillt noch. Ich hab die Hand verteidigt. Ja, mit Shigos Hilfe. Komm schon, den Engelhardt, den kann ich mir noch schnappen, wenn ich mich anstrengen. Aua, aua. Ist das ein... Ah, okay, ist echt ein Sniper. Einfach ein paar Granaten in Richtung Karrenschleunen. Wow! Oh nein, 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 nein. Ich muss weg. Noch ein Termin. Mit 11 HP abgehauen. Schwein gehabt. Engelhardt und ich hier. Engelhardt darf gerade keine Punkte machen. Ah, Mist. Wo hat er denn die drei Punkte auf einmal wieder aufgegeiert? Yeah! Warum sterben die nicht? Oh, ich bin wieder mega schnell unterwegs. Ah, shit. Ich wurde angeschossen. Oh, down to zero HP wieder, ey. Ey, Dalu, siehst du, wie schnell ich bin? Hier, ich bin hier der Typ neben dir. Ja. Für eine Demo, ey. Das war gemein. Gerade, dass ich mir die Nase gekratzt habe. Immer erst die Nase kratzen, wenn du tot bist. Die kennen da keinen... Aber, 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 aber. Kein Erbarmen. Nee. PPCH ist Spy? Okay. Oh, oh, nein! Da hat er sich am Ende gerecht. Verteidigen Böden. Aua! Gleich rastet die Sprecherin wieder so richtig geil aus, so. Nee, die schaffen's noch. Nee, glaub ich nicht. Die müssen das ja hier hochpushen. Schnell weg. Da ist ein Spy, das ist doch wieder Flash. Na ja, das ist wieder... Slash ist schon tot. Nein, nein, das ist ein Pyro. Ich seh's. Da rettet Shigo. Da rettet Shigo. Ja, eben. Ich verfolg' sie. Warte, Shigo, ich nehm's dir ab. Dankeschön. Was ist das Schöne an dem Ansturm? Du entkommst mir nicht. Okay. Ein Scout, der langsamer ist als ich. Sowas ist doch immer schon ein bisschen auffällig, muss ich sagen. Und hier ist immer noch... Das sind zwei Spice auf einen. Nein! Und ich hab Fischi nicht, ey. Wir haben zwei Spice in der Base. Oh nein, und Engelhardt und PPCH haben aufgeholt. Shigo wollten mich anzünden. Sicher ist sicher. Man kann nie wissen, ob du der echte bist. Bist du der echte Dorn Kurt? Ja, er war der echte. Bin fast tot. Ja. Ach man, das ärgert mich jetzt. Mich so gut schlagen. Aber die kriegen Karin auch nicht hoch. Sentry ahead. Die haben da ne Sentry aufgebaut, aber ich hab' den Teleporter noch erwischt. Shit, nur Dritter im Team. Overtime. Overtime. Ah, jetzt fährt er aber wieder runter. Das wird nix. Doch, das kann noch was werden. Shit. Tut doch was. Einfach Granatenspam. Oh. So, jetzt müssen wir zeigen, wie es geht. Los, los, los. Wir laufen jetzt schon los. Auf jeden. Mach die Tür schon auf. Soll ich dich hinter die Tür teleportieren? Ich frag mich, ob das geht. Soll ich's mal probieren? Nein, nein. Die kann die ja abschießen. Die können dich doch dann direkt abweilen. Ah ja, stimmt. Harry, man hat mich ja angeschossen, hm? Brokkoli. Ich nehm erstmal nen Drink. Die Mission beginnt in 30 Sekunden. Ey, du hast jetzt ein anderes Outfit. Und dein Kopf. So ne Quarantänemaske. Ja. Und Dalu hat hier ein Loch im Bauch. Da kann man sogar echt durchgucken. Man kann dahinter sehen, wenn da jemand steht. Ein Sniper müsste da mal durchschießen. Wär mies, wenn der denn nicht trifft, sozusagen. Dass er keinen Schaden kriegt. Okay, warte mal. Da ist ein Pyro. Jetzt versuche ich mal ne 180 Grad Drehung. Oh nein! Gegen das Tor noch gelaufen. Was war denn Dalu? No Skill. Oh, ich dominiere Brokkoli. Okay. Oh shit. Der hat ein Ninja Schwert. Inja. Da wollte er mich schubsen. Ja, musst du aufpassen. Das wird hier gerne gemacht. Hat er nicht geschafft. In einer Position. Da hat er mich abgeschossen. Ich hab dich gerecht, glaube ich. Yippie! Falls nicht das Cookie Monster gekillt hat. Der ist gerade so schwer zu treffen. Welche Klasse spielst du grad? Rache! Ah, dieser scheiß Scout. Ich kann hier nicht mal in Ruhe pushen da. Der Scout belästigt mich. Na, bin da. Da oben. Hab ihn. Oh, down to zero. Der ärgert sich. Ich könnte ein bisschen Lebensenergie gebrauchen. Diese scheiß Pyros, ey. Komm schon, wir müssen den zumindest hier hochschieben. Dann sind wir schon weiter als die anderen. Ich hab da drei Leute weggesnipert. Sehr gut. Ja, wir sind oben. Jawoll. Schon gewonnen. Auf jeden Fall schon mal weiter. Jetzt muss erstmal die Brücke hier hochfahren. Jetzt ist Krieg erstmal hier an der Stelle. Überall hier ist ein Demolition Man. Der schießt aber auf mich. Oh, verdammt. Ah, Mist. Er ist gerade runtergegangen, wo ich ihn jagen wollte. Ey, Pipi-Seite hat mein Frack geklaut. Wo ist denn Lebensenergie? Ich brauche Lebensenergie. Da, Lu. Da ist ein Pyro. Ja, ich muss ihn ja schlagen. Der Sniper. Ich bin das. Aua, aua, aua. Oh, geil. Der ist der Teleporter von denen. Komm schon. Teleport down. Chip, 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 chip. Okay. Geht auch, geht auch. Oh, ha. Da rushen wir aber ganz gut durch, wa? Ah, da ist doch wieder der Spy hier. Ja, sicher. Cookie Monster. Stellt sie einfach auf meinen Kopf. Oh, ne Crit. Ne Crit. Ne Crit am Soldier, aber er lebt noch. Das ist heftig. Autsch. Weggeschneubert. Gurke ist dabei. Wenn das hier nicht schon wieder der Spy ist, weißt du, der ruft nach dem Medic. Ja, war ja wohl klar. Cookie Monster. Nicht mit mir, Freundchen. Weiter, Leute. Wir sind gleich durch. Oh, warte. Da hat der Auto-Aim 130. Ich komme um die, über die Brücke da und bin fast tot. Der Broccoli wird gesnipert. Wieder mit dem Gemüse. Oh, der Razorback ging wieder an. Oh, oh. Wo stehst du? Das ist sau geil. Ich hab den, ich hab den Cookie Monster war das dann. Ah, okay. Weil dann gehe ich automatisch aus dem Zoom raus. Das ist so cool an dem Teil. Oh, das war fies. Hier, Shigo, hinter dir. Ja, ist zu spät. Ich wurde zweimal geschubst und genau. Ah, okay. Ja. Quasi vor die Flinte. Oh, hier. Da wird ein Teleport von General Crazy aufgebaut. Ist echt crazy. Ja, ist echt verrückt, der Junge. Ja, okay, Alter. Einfach so ein Teleporter bauen. Ich schieb mal noch ein bisschen, weil ich's kann. Was das Bauamt wohl dazu sagt. Aber mit was für einer Technik auch. Einfach so... Oh, oh. Oh nein, ich verbrenne. Ah, Flash. Mann, ey. Nein, braun. Nice try, sagt's. General Crazy. Da muss noch ein Ausgang gebaut werden. Shigo, über dir ist ein... Ja, ich weiß. Einer von den beiden Spies hier ist nicht echt. Da ist er. Ja, einer von den beiden Shigos auch nicht. Hier hat sich doch eine Shigo verkleidet. Ja, ja, die hab ich auch gesehen. Zack, lebt noch, lebt noch Dead Ringer, oder? Ne, ne, wir haben beide einmal getroffen. Okay. Und da kommt die echte Shigo sogar noch hinter mir. Au. Oh shit, da ist ein Heavy, da geh ich nicht runter. Der ist angeschossen, der ist... Oh, hinter uns noch ein Scout! Hier ist zwei, Hilfe! Ah! Das Schwert war... noch nicht blutig genug. Boah, was überlebt denn der? Hä, Gurke XD verfolgt ihn. Hast du es überlebt da, Luia, ne? Nee. Achso, shit. Vendetta. Ah, ne Crit! Geil. Trifft wieder keinen, toll. Mensch, was machen die denn da? Verteidigen jetzt gerade echt gut. Ja, das finde ich scheiße. Ist das der echte Potato Ninja? Ah, ja, okay. Wo ist denn die Sentry von denen? Ach, da. Genau auf dem Punkt. Ich stürze, verdammt. Doktor, hier Doktor. Was ist da los? Oh, die Schweine, ey. Ich stehe hier gerade bei deren Base rum und... ...belagere deren Spawnfreund ein bisschen. ...decentralized. Five minutes left in a mission. Könnten wir aber schaffen. Oh, down to zero HP, mein lieber Freund. Oh, ne, das ist doch wieder Flash. Ich habe Kokimondo direkt erkannt. Läuft hier rum und ruft mit 100% Leben in Medic. Seifu spielt, okay, Seifu spielt Pyro. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Die wollen halt gewinnen. Damn. One Click. Oh oh, das war nicht so klug. Hab ihn. Ich bin tot. Pyro steht genau an unserem Teleport. Jetzt so verdammt. Ist auch geil. Der Teleporter wurde genau so gebaut, dass man, äh... ...datt man da in die Dingens guckt. In die Wand. Soll ja nicht böse sein, ne. Aber Cookie Monster ist schon kein guter Spy, leider. Ja, Spy ist auch mega schwer zu spielen, finde ich. Nein! Cookie Monster hat mich getötet. Man weiß, da war immer noch gar nichts bei dir. Ich war... Ich habe die Sentry gerade angeschaut und wollte sie gerade sprengen und dann war ich tot. So, mein Schwert dürstet nach Rache. Boom! Achievement! Können wir da jetzt mal gewinnen eben? Das ist Flash. Ich versuche mal den Pyro zu bekommen. Ich würde jetzt gerne eigentlich die Sentry... Warum machst du das? Okay. Ich gehe da nicht runter. Was soll ich denn da unten? Ich brauche Helles. Oh fuck, ich sterbe. Oh! Überlebt! Sentry down! Was ist hier los? Oh! 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 Und ich habe den Pyromane. Da will er zündeln. Scheiße. Immerhin noch einen erwischt. Die stehen jetzt gerade gut, muss man den ja leider lassen. Ich hab ein bisschen Basecamp betrieben. Wir wollten den Uber charge. Ja, wir hatten ja eben Uber, aber der wurde wieder auf mich verschwendet. Sentry ist down, zumindest eine. Also ich hab jetzt wieder die beiden Sniper gekillt. Krieg ich die Sentry nach? Nee, shit. Kommen gerade leider nicht vorwärts. Oh shit, jetzt wurde hier auch noch... Der Teleporter wurde gesäbt. Da schießt der Ping wieder in die Höhe. Geht, oder? Bei mir hast du gerade 60er. Letzter Angriff, Leute. Ja. Und der Teleporter ist down, shit. Einfach mal schnell den... Ah, ich wurde weggesnappt. Gestappt. Na, einen Angriff hab ich sogar noch. Wow. Nee, ich komm nicht dran. Denk ich auch nicht, aber... Ja. Einfach ansturm nutzen. Einfach ansturm nutzen. Ich bin dran. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Ich bin dran.